Heute und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country mit Super Donkey Kong Mario Super Donkey Kong Country Mario Kart Deluxe Was mache ich da? Was mache ich da eigentlich? Super Donkey Kong Country Mario Kart Deluxe Das Deluxe hat dich gerade aufgefressen Verdammte Kacke Du bist behindert Verdammte Kacke Hallo Ich schaffte das Zentraseite bei dem Koko-Fahrer Den ersten Koko hat er besiegt Den zweiten überspringt er ganz gewinnt Gewinnt? Er holt den Ersatzspieler rein Doch Michael Jordan hat er auch besiegt Boah du bist so behindert ne Na ja Den Fisch hat er geholt Den Taucher Doch Schnappi ist immer noch da Pass auf da kommt Schnappi Das dumme Koko-Di Fuck Hä warum springst du so schnell? Äh frag mich gerade nicht Manchmal bist du zu langsam Mach halt's mal Halt's mal Halt's mal Du bist ein doles Produkt Ich bin kein Produkt Nein Bin aber nur schlecht Du bist ein doles Produkt Boah irgendwann springst du wieder dabei Vorbei Ja Na Dieser One wird's noch nicht Es wird erst der über Übernächste Fünf Leben werde ich jetzt noch verbraten hier Na ja Dann sind jetzt die Aufnahmen auch schon wieder zu Ende Ja Warte mal Komm her Alter 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 Was ist jetzt hier los? Ist war jetzt gerade kaputt Also nicht Ich auch nicht Vielleicht du? Ja Das ist aber auch nichts neues Ja das ist ja so oder so Ich bin am Schweizen Am Schweizen bin ich Am Schweizen Am Schweizer Am Schweizer Wie? Boah das ist so verdammt gemein Was war das? Ja Weil die scheiß Biene mich da aufricht Ja Ich weiß nicht Es ist ja schon schwer genug Diese Fässer auf die Dinger zu werfen Aber eine Biene noch einzufügen Ja Reizen es noch mehr aus Mach mich noch akkurs Ey wie muss man das ja schaffen Ja sicher Ich sag ja noch Hab ja noch ein bisschen Zeit Krokodok 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 Also wenn dann probier du es gleich mal aus Was ich sagte Mit eins, zwei Oben, links, rechts Und dann unten Wenn du gleich den dritten Fisch hast Na ja Mal schauen Ja du schaffst auf jeden Fall alle vier Felder Das sieht man ja Hm? Du hast ja alle vier Felder immer geschafft Ja Ja Ah fuck Ah ich würde erst wie gesagt Erst den Den holen und dann Nee 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 Aber dann freue ich mich echt Wie man das da unten kriegen soll Welches? Was ist da? Hä? Mit dem roten Du musst ganz ganz weit runter Und dann gehst du Sprich Oder auch nicht Ja Ja hab ich ja gerade gedrückt Man kriegt es ja auf jeden Fall Aber das ist viel zu abgesprungen dabei Viel zu sehr abgesprungen Koko Dok Koko Dok Koko Dok Drückt direkt nach unten Und ich will da nicht ran Irgendwas kommt doch hier gleich noch Exit Nicht mach es nicht Mach es nicht Wollte ich doch gar nicht Ich habe es geschafft Leute Jetzt kommt das geile Level Ich habe es nicht so komisch Drum gestöhnen aber naja Ich habe geschäft Alles klar Hast du fein gemacht Oh Endlich geschafft In der vierten Aufnahme Und mit ein paar Leben noch Ja Und vor allem nach der vierten Aufnahme Ja Nach der vierten Ja gut Von gestern mitgezählt Meinst du jetzt ne Nein Und die vierte Jetzt schon Nein Doch Das ist die dritte Nein Das ist die vierte schon Ach du scheiße Sicher Ja sicher Verarsch mich auch nicht Nein Eine habe ich von gestern noch Dann Zwei Drei Vier Ja ich Meinte doch Die fünfte haben wir jetzt Sicher Verarsch mich doch Nein Eine habe ich von gestern Dann zwei Drei Vier Und jetzt ist die fünfte Gerade dran Und dann kommt die sechste Und dann machen wir auch Schluss Die sechs So wie wir das jedes Mal machen Ja Ach komm War ja wohl wieder nix Ey diese Bienen ist nervig Ganz ehrlich Nervt Ich kann ja donkey verlieren Aber dass der dann Nicht auf diese Plattform Gehnt Und dann hier runterfällt Das ist Was war dahinter eigentlich Achso Didi Ja oder Didi Ein Decay fast Jaa Ach ne Oh doch Und hier kommen auch die Fassmenschen Oh Hau ab Aber wenigstens Wollt grad los springen Fick dich Fick dich Was Das war mies Nein Ja aber zu langsam war Dadurch eben deswegen Hey du warst wieder aus dem Bild raus Das heißt er hat wieder neu geladen Ach Fick dich Flash Du warst nur Scheife Nein Ich hab's aber nicht gespielt Also ich bin ja mit dem Donkey Kong Einzel durch Heule doch Oh nein Ich hab den Kacke Kacke Ja Pech ne Pech 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 Was muss ich bitte Anlauf nehmen und rüberspringen Petzack rüber Oder so Boah Alter Alter Wie man eben seine Tasse gehört hat Deh 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 Jo Klick 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 Und tschüss Da hat er Ne das Mit Diddy kannst du das hier machen Aber ich könnte es trotzdem noch so runterfällen Weißt du Natürlich ist mir klar So wie du mir das genauso grenzt also Ich gönne dir den ganzen Hass in diesem Spiel Ja Glaube ich Du warst Du warst Kannst schon wieder falsche Richtung machen Kann das sein dass du manchmal ein bisschen zu früh springst Und das ist auch super Aber was du gemacht hast Ach man Kacke alter Aber warum bin ich die Tasse denn losgelassen Nein ich springe nicht zu früh Doch Ja du hörst es zu früh Aber das dauert bis es erst im Spiel angekommen ist Bla 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 Das ist das Voraussage Haki Weißt du doch Ja ja Du laberst doch scheiße Das sind Arschbälle Immer noch Das sind immer noch Arschbälle Das sind Arschbälle Eeeh Köh Der kotzt die aus Köh Der kotzt die aus Köh Sitz hier auch schnell Wie weit schaffst du's Wie weit schaffst du's Ach leck mich doch am Arschbälle Ach leck mich doch am Arsch Ja ja danke Schokolade ist billiger Da sind noch Bananen Meins Ja Ja Jetzt Wie kommt der anke Der Fassmensch Wirklich Aber ich dachte, der Donkey Kong geht jetzt auch da hin. Krokodok, Krokodok. Krokodok, oh Krokodok. Halt doch mal den Maul, Krok. Hä? Voll am Backen, hast du das grad gesehen? Ja, dass er so runterrutscht. Nein! Boah, wie gemeint von hinten! Und da war die Mitte! Yes! Nein! Jawoll! Nice! Hast du schön gemacht, Zendos. Fick dich! Komm, ich häng immer noch. Alter, ich hab jetzt neun Leben schon verballert. Ich wollte schon wieder Level sagen. Level? Ja, Level. Neun Leben schon verbraten hier. Bis gleich mal wieder. Oh, schade. Oh man! Jetzt aber! Ziemlich verarschen. Ist aber. Aber auch nicht. Schade. Hey, muss ich springen? Dann fliegst du gleich wieder runter. Ah, hier. Gerade noch so. Oh ja. War wirklich gerade so. Und tschüss Schade Ach man, sterb doch mal Ja Ist klar Ja Boah, der hätte ich unten drauf vielleicht landen können Hätte, hätte, hätte Ah, irgendwo war doch das Ziel dann Ach man, scheiße Scheiße Ich probiere es gleich nochmal zum Ende, nachdem du fertig bist Ich will es nochmal probieren Nein, willst du gar nicht Oh doch, oh doch Nein, willst du gar nicht Meine Intuition sagt, das wird dieser Rann nicht, aber Ich möchte es einfach Bei wem bei dir? Ja Er wird nicht so gerade wie, so gut wie gerade So gerade Schafft das auch kein Stück da hoch, ne? Ui Ja, da musst du ein Gefühl für haben Boi Oh, ich hab Hi Didi Grüß Didi Komischerweise Didi kann schneller laufen Ja, soll er auch Fuck Ja, ich gemerkt Ja, drei Minuten Richtig Bis nachscheine Feuer haben wir doch noch Also Stell ich mir nicht so an Hä? Willst du mich jetzt servieren? Also ist das jetzt erst die fünfte Hab ich doch gesagt Das ist die fünfte Und damit würden wir sagen Bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country Ciao, ciao Tschö 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 Tschö